Auf geht's in die nächste Runde. Da sind wieder ein paar Aufgaben fertig. Ich habe die Zwischenzeit damit verbracht, einiges aus meiner Bude rauszuschaffen. Ich muss hier mächtig ausmisten. Wir fangen mal an mit den drei Dips. Oh Gott, Scheune voll. Ja, stimmt. Okay, das ist der kleine Nachteil, wenn man die Scheune immer voll hat. Egal, ich hau jetzt einfach mal zehn Decken raus, beziehungsweise ich hau gleich 20 raus. Ne, ich hau zehn raus, weil je nachdem was da kommt, vielleicht fange ich dann gleich wieder an zu produzieren. Verkaufen kann ich immer noch. Alle drei erledigt. Also bei mir sieht's aus wie auf der Baustelle. Das ist so verrückt und was ich aus dieser Wohnung raustrage. Das ist so eine kleine Bude und ich schleppe hier Tüten und Kisten weiße Sachen raus. Das ist echt verrückt. Vier Kekse haben wir ready. Eins, zwei, drei, vier. Perfekt. Auch nö, so Aufgaben hasse ich ja. Da kommt dieses normale Popcorn und ich habe hier einfach alles mögliche andere liegen und fertig. Und nein, er will halt das normale. Die fünf Flaschen sind, glaube ich, auch fertig. Genau, fünfmal Saft haben wir ready. Annehmen. Ja, okay, Scheune voll. Ist ja gut. Wobei, können wir diesen Pilzsalat oder es war ein Pilzsalat, gell? Ach, wirklich. 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 Ach Mensch. Pilzsalat. Ähm, da geht was aus der Scheune weg. Okay, wir nehmen einmal Pilzsalat, dann gehen wir derweil Saft einsammeln. Scheune voll. Okay, können wir noch einen Pilzsalat starten. Und machen die Scheune wieder voll. Sollte voll sein, genau. Ähm, was aber gar nicht so gut ist. Mal schnell schauen. Können wir das machen? Ich brauche nämlich mal so ein Specki. Ein Specki. Kurz die Aufgabe noch wegbringen. Okay, viermal Kohle einsammeln, kriegen wir hin. Da, 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 da. Specki, Specki, Specki. Aber noch einmal kurz sicher gehen, dass auch wirklich die Scheune voll ist. Genau ist er nämlich noch nicht. Jetzt ist er voll. Und den Pilzsalat da rein. Dann läuft der Salat. Die Teekannen laufen sowieso noch. Die brauchen ewig. Die vier Snackmix haben wir noch fertig zum Einsammeln. Uah, das wollte ich nicht machen. Ja, genau so passiert es dann. Ähm, genau so passiert es. Okay, wir starten noch mal ein Snackmix. Zack. So, lass mich bloß in Ruhe. Geh weg, Aufgabe. Geh weg, geh weg. Wir können aber die vier Kohlen einsammeln, die liegen da oben. Dafür hauen wir noch mal schnell zehn Decken raus. Zack. Aufgabe starten. Eins, zwei, drei, vier. Wir haben sogar noch mal vier da liegen. Ich könnte die Aufgabe auch noch ein zweites Mal annehmen. Muffins. Uah, nee. So, dann machen wir mal hier Muffin. Eins, zwei, drei. Sind es drei oder waren es mehr? Drei. Okay, drei Muffins sind gestartet. Die Sahnetorten laufen noch. Snackmix. Okay, mein Fehler. Ähm, muss ich dann gleich einsammeln, wenn der letzte jetzt wieder fertig ist. Die Teekannen laufen noch eine ganze Weile. Die Pilsnudeln haben wir gestartet. Bleibt nur noch das Popcorn. Ja. Ich nehme mal eben hier ein paar Pullis raus. Ich will liegen jetzt noch da. Zwei lassen wir mal liegen. Was nehmen wir denn noch mit? Ach so, die Luftballons können wir auf jeden Fall mal einsammeln. Das wäre eine gute Idee. Und noch die zwei Honigwaben, dann haben wir hier wieder voll. Und Popcorn, Popcorn ist ja sowieso nur Silo. Können wir also bedenkenlos hintereinander wegstarten, ohne dass wir Angst haben müssen, dass wir was einsammeln. Dann lassen wir das auch so. Und jetzt muss ich nur mal eben, ähm, Scheune ist noch voll. Genau. Scheune ist voll. Heißt, ich kann hier noch mal kurz Bienenwachs starten und da oben noch die letzten zwei Waben mit einsammeln. Ich mag das immer nicht, wenn nur die Hälfte eingesammelt ist von denen. Dann haben wir das auch fertig. Unsere Tiere lassen wir weiter so stehen, füttern sie nicht weiter. Auch die Esel und vor allem die Pferde. Die Pferde brauchen dann wieder sechs Stunden. Also Pferde, Katzen, Hunde, Kaninchen, alles nicht füttern. Wenn ihr die Esel nebenher füttert, das mache ich jetzt, kein Problem, weil die sind nach einer Dreiviertelstunde wieder fertig und einsatzbereit. Bei Maggie war nur noch dieses Jahr genau. Das ist nichts Interessantes. Die sind dann wieder ready to go. Und jetzt sehe ich gerade, ich habe meine Belohnung noch nicht abgeholt im Tal. Ich habe es wieder vercheckt. Ich habe es wieder vercheckt. Ich wollte gestern noch eine kleine Runde abends drehen und dann bin ich irgendwo hängen geblieben und habe es nicht fertig gemacht. Aber egal, ich wusste ja, ich habe die Belohnung auf jeden Fall fertig. Also holen wir uns schnell die Wollzwillinge ab. So, sind die süß. Haben wir noch was übrig für hier? Ich glaube, ja. Einen können wir noch mitnehmen. Was nehme ich denn mit? Was nehme ich denn mit? Eigentlich am liebsten den Schub. Ja, ich nehme den Schub mit. Ich bin so schübesüchtig und will einfach Schübeplätze haben. Der kann weg. Der kann auf jeden Fall weg. Was habe ich jetzt gerade abgeholt? Ach so, die Wollzwillinge. Ja, schauen wir uns doch die Wollzwillinge mal ganz kurz irgendwo auf einem Stück freier Fläche an. Da. Da haben wir doch was. Na. Ich meine, sie singen sogar. Also so ein bisschen passen sie ja fast ins Rock'n'Roll-Thema, nur zur falschen Jahreszeit. Skandinavische Rock'n'Roller oder sowas. Ja, aber sehr süß. Wobei, die könnte ich eigentlich in meine Stadt werfen. Was sagt der Zug? Sagt eh alles voll. Ist egal. Wir lassen das einfach. Nein. Aber ich hasse es, wenn ich mich da verklicke. Bin ich eigentlich der Einzige, dem das passiert? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich bin ich der Einzige. So. Wenn mir jetzt einer gendermäßig daherkommt mit, ich bin die Einzige, ey. I don't care. Ist mir sowas von Latte. So. Einmal drehen. Zack. Ja, da stehen sie doch super. Da habe ich nämlich letztens meine Eiskatrin geklaut, weil ich die für was anderes gebraucht hatte. Und ja. Es ist so winterlich. Draußen ist Sonne, gefühlt 30 Grad. Und ich gucke mir hier die Winterfläche an und denke mir, geil, dabei bin ich eigentlich gar kein Winterkind. Die kann ich nochmal füllen. Habe ich den wieder gestartet. Da läuft noch einer. Ach, egal. Ich hau den jetzt auch mit rein. Ich weiß, ich gucke die nächste Zeit jetzt nicht ins Spiel. Und da oben muss ich auf jeden Fall mal noch irgendwas anmachen. Ja, lassen wir doch davon ein bisschen laufen. Okay. Und wie dann braucht ihr jetzt dieses komische Snack-Mix-Ding? 38 Minuten oder sowas? Ich weiß es. Ich weiß es nicht mehr. Mal eben das noch einsammeln. Was brauchen wir jetzt noch? 15 Stück, damit die Scheune wieder voll ist. Dann können wir die Milch mitnehmen. Zack. Perfekt. Scheune voll. Reingucken. Reingucken. Noch eine halbe Stunde. Okay. Das sammle ich dann in einer halben Stunde ein. Und mache dann quasi gleich da weiter. Ich skippe das jetzt bis dahin. Beziehungsweise ich pausiere kurz. Hänge das aber noch an den Abschnitt hier mit ran. Dann können wir einfach noch ein bisschen weiterschauen. Und ja. Sehen uns gleich. Bye, bye. Und schon wieder da. Naja, schon. Ich war ein bisschen weg. Ich war gerade mal zu Fuß im Baumarkt ein paar Umzugskartons kaufen. Und habe die heimgeschleppt zu Fuß. Alter, Alter. Also, huhu. Ich habe dann einen in den anderen gestapelt. Ich habe drei unterschiedliche Größen genommen. Und habe dann den kleinsten in den mittleren gemacht. Und den mittleren in den großen. Und den großen habe ich dann getragen. Aber ey, ist eine brutale Hitze da draußen. So, jetzt haben wir unsere vier Dinger hier fertig. Drei Kokoseis sind ja easy. Aber ich glaube, ich habe dummerweise anderes Eis noch davor liegen. Ja. Okay, wir schauen erstmal noch. Wir schauen erstmal noch, was wir noch abholen können. Die drei Muffins auf jeden Fall. Eins, zwei, drei. So, vielleicht kommt da was Besseres. Nee. Brokkoli-Suppe. Suppe. Ja, habe ich viel da, aber keine Brokkoli-Suppe. Ich weiß, dass das offiziell Brokkoli heißt. Aber ich bin wie viele andere mit Brokkoli aufgewachsen. Und kriege das auch nicht mehr aus mir raus. Beziehungsweise finde ich es einfach unangenehm, Brokkoli zu sagen. Ähm. Ja, was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Erstmal müssen wir kurz die Scheune wieder voll bekommen. So, das ist mal das Erste. Dann muss ich gucken, wie weit das Popcorn ist. Da sind noch zwei zu erledigen. Die Sahnetorte ist die eine, jetzt noch bei einer Stunde 50. Bei den Pötten braucht er noch zwei Stunden 17. Die Pilz, 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 Pilz. Das war hier, oder? Ja, Pilzsalat war hier. Da braucht noch einer 27 Minuten. Also auch noch nicht ready. Dann können wir gerade nichts abholen, sondern ich muss die Suppe starten und das Eis starten. Beim Eis bin ich mir halt absolut nicht sicher, ob es nicht sowieso dahinter liegt. Aber wir starten das jetzt einfach mal. Einmal, Sekunde. Erst wieder auffüllen. Auf 50. Dann zweimal. Achso, ich habe vergessen, die Hühner zu füttern. Dann kann ich schlecht mit Eiern auffüllen. Aber da steht ja Zucker rum. Das geht auch super. Jetzt haben wir natürlich einen Riesenverlust gemacht, weil ich gerade die Hühner gefüttert habe. Gefüttert. Ja, ich habe die Hühner gefüttert. Weil ich gerade die Hühner gefüttert habe. Ach Mensch. So. Drittes starten wir auch. Dann sind die drin. Also läuft. Popcorn läuft. Suppe. Genau. Achso, hatte ich jetzt... Die Scheune war noch voll. Immer... Ne, genau. Eins ist jetzt wieder offen. Lieber einmal zu viel geguckt, als einmal zu wenig. Das passiert so schnell, dass dann Platz wieder frei ist. Dadurch, dass ich das Eis jetzt produziert habe, ist natürlich wieder einer frei geworden. Und dann müssen wir hier nach der Suppe schauen. Das ist alles Silo. Kann ich also unbedenklich drei Stück reinwerfen. Okay, läuft. Eis läuft. Kanne läuft. Pilzsalat läuft. Also cutten wir. Bis gleich. Und schon wieder back. Diesmal ging es echt schnell. Ein paar Sachen sind fertig. Ich komme aber nicht drum rum, auch andere Produkte dafür einzusammeln, was mich wahnsinnig triggert. Und ich weiß gerade nicht, wo ich anfangen soll, weil alles ist ärgerlich. Aber ich denke, ich fange mit dem Popcorn an und schaue mal, was danach als Aufgabe kommt. Ich muss aber auf jeden Fall Platz machen. Also hauen wir einfach nochmal mal Decken raus. So. Das sollte reichen. Ähm, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, oh Gott, ich hatte das alles vorbereitet. So, was da noch alles liegt. Ach so, jetzt ist die Scheune deswegen schon voll. Nur wegen der Popcorn-Sachen, die ich schon vorbereitet hatte. Ja. Ärgerlich. Aber man steckt nicht drin und besser zu viel vorbereitet als zu wenig. So. Da habe ich die sechs auch auf jeden Fall fertig. Was kommt jetzt? Äh, Pommes mit Speck. Pommes mit Speck. Pommes mit Speck war... Ich bin verwirrt. Ist das hier? Ja. Okay. Ist eh leer, die Maschine. Ähm, Pommes mit Speck dreimal. Das heißt, ich brauche sechsmal Speck. Ich nehme mir jetzt auch wirklich nur die sechs Stück. Ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach so, Scheune voll. Das macht nichts. Scheune wird jetzt wieder leer. Eins, zwei. So, ein Speck noch. Genau. Hauen wir noch rein. Drei. Dann haben wir die drin und eine Aufgabe steht jetzt für heute noch in der Warteschleife. Einmal kann das Spiel mich noch triggern. Also ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich die Salatbar, meine Eisdiele, Theke, Maschine, Eismaschine oder meine Suppenküche opfere. Heinz muss ich opfern. Ich opfer die Salatbar. Ja. Das kann nur schief gehen. Aber wir machen das. Pilzsalat annehmen. Und dann schauen wir, was da rauskommt. Ach man, das war alles so schön vorbereitet. Na? Ah, das geht. Das geht. Fünfmal Wolle einsammeln. Easy. Ich habe keinen Platz mehr für Fünfmal Wolle, aber ist kein Problem. Wir sammeln die ein, füttern gleich. Es kommt ja jetzt auch keine Aufgabe mehr. Deswegen kann ich für heute auch meine Tiere dann alles nochmal komplett durchfüttern. Ach so, haha, annehmen. Ich bin ja auch clever. Das war jetzt ganz clever, weil jetzt habe ich keine Fünf-Schafe mehr. Aber wir machen das jetzt trotzdem. Wir machen das jetzt trotzdem. Das war jetzt meine Dummheit. Und für meine Dummheit bezahle ich jetzt auch, damit wir die Aufgabe fertig machen. So doof ich wieder bin. Genau. Bleibt mir noch einschärf übrig. Das macht ihr bitte nicht, was ich jetzt mache. Das ist jetzt wirklich aus reiner Dummheit mache ich das jetzt. Und Opfer, die acht Dias, macht das nicht. Macht das niemals. Das ist so ein Quatsch. Wirklich. Ich mache das jetzt nur, weil ich, ich muss mich jetzt selbst dafür bestrafen, dass ich blöd war und die Aufgabe wieder nicht angenommen habe. Ich muss einen Lerneffekt bei mir erzeugen. Ja, dann können wir jetzt auch die anderen Sachen problemlos annehmen. Erst die Aufgabe annehmen. Das alles schon mal annehmen. Dann können wir das gleich alles einsammeln. In der Scheune mache ich wieder ein bisschen Platz. Meine ganzen Decken, ich brauche die eigentlich. Ach so, ich brauche die eigentlich. Ich bin ja ein Genie. Also eigentlich nicht, aber Scheunenkapazität. Der hat sogar noch Platz. Noch nicht genug Platz. Aber das haben wir gleich. So. Dann gehen wir da rüber. Ich habe doch jetzt eine Scheunenlagerfarm. Jetzt ist der voll. 20 Platz machen können wir bestimmt noch. Nee. Lieber die Eier. Wir werfen lieber die Eier raus und das Zeug. Und dann noch irgendwas. Was werfen wir noch raus? Die. Haben wir jetzt. Ja, jetzt haben wir 20 Platz. Genau. Also 22. Zack. Wofür hat man denn die Farm auf 59 gebracht, wenn man sie dann nicht auch nutzt? Meine Decken sind gerettet. Sehr gut. Okay. Dann gehen wir jetzt das Eis einsammeln. Boah. Da liegt so viel rum. Eins, zwei, drei. Fertig. Und haben wir noch was fertig. Die Suppe war noch. War die Suppe fertig? Oh Gott. Ich glaube nicht. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Aber ich muss ja sowieso irgendwann einsammeln. Ich sammle jetzt nur die vorderen ein. Ich sammle nur das ein, was ich noch nicht einsammeln will. Genau. Suppe habe ich gerade erst reingemacht. Habe ich gerade erst reingemacht? Ey, ich bin so verwirrt. Dieses Event bringt mich total durcheinander. Egal. Sahne produziert noch. Die Teekannen produzieren noch. Pommes und Speck habe ich gerade reingemacht. Suppe auch gerade. Das heißt, die letzten vier Aufgaben laufen jetzt noch durch. Und jetzt können wir auch mal ganz kurz gucken, was die Tagessumme dann sein wird. Was sind das? Ich hasse Rechnen. Wirklich. 300, 400, 500, 550 liegen noch da. 550 plus die unten sind 2320, glaube ich. Also 2320 Punkte müssten heute als Tagessumme rauskommen. Damit würden wir es in fünf Tagen dann ganz gut schaffen. Aber ich sage mal so, so einen richtig dicken Puffer hat man da nicht. Also man sollte schon nicht allzu viel löschen oder überspringen. Erst recht nicht, wenn es Aufgaben mit hohen Punkten sind. Und ja, klar, man kann welche dazunehmen gegen Diamanten, aber würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Ja. Jetzt warten wir noch die letzten ab und dann schließen wir das Tagesvideo quasi für heute ab. Ich werde es morgen genauso machen. Ich werde morgen einfach über den Tag verteilt immer meine Aufgaben entsprechend vorbereiten beziehungsweise dann kurz mit reinfilmen, wenn ich wieder neue Aufgaben bekomme. Dass wir schauen, wie es bei mir so aussieht auf der Tafel, wie viel Glück oder Pech ich habe. Und dann schneide ich das abends zusammen. Und also, was heißt abends? Aber dann, wenn ich halt mit den Aufgaben durch bin, oh Gott, hoffentlich abends. Wenn da mal was Blödes bei rumkommt, dann kann sich das auch mal ziehen. Und dann, ja, schauen wir, wie sich es morgen ergibt und ob es morgen mehr oder weniger Punkte werden. Aber jetzt sehen wir uns erst nachher nochmal im letzten Teil. Und bis gleich. Und Schlussphase für heute. Es ist alles durch. Wir machen erstmal Pommes mit Speck. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt noch Platz in der Scheune? Ein bisschen. Wir können jetzt aber schon mal irgendwas anderes einfach reinmachen. Natürlich immer in Dreiergruppen. Eins, zwei, drei. Was haben wir denn da noch? Kriegen wir das hin? Eins, zwei, drei. Genau. Haben wir alle drei eingesammelt. Perfekt. Also ich werfe dann einfach irgendwas in Dreiergruppen rein, in der Hoffnung, dass ich am nächsten Tag Glück damit habe. Warten wir es mal ab. Die Sahnetorte dreimal ist auch fertig. Auch da sollten wir irgendwas reinwerfen. Eins, zwei, drei. Machen wir die mal. Die braucht relativ lange. Ähm, was sind das? Fünf, siebeneinhalb Stunden. Ja, da können wir noch ein bisschen was dazu packen. Ah, keine Kakaobohnen. Okay. Normalerweise nehme ich die von meiner kleinen Farm, damit ich hier meine Bäume nicht zerstöre. Aber ein ganz kleines bisschen können wir da wegklauen. Das überleben wir. Die drei und dann lasse ich hier noch offen, weil die einfach von den Stunden her jetzt so lange brauchen, und dass ich noch kurz überlege, was ich reinmache. Ob ich wirklich noch drei hinterher lege oder nicht. Wir holen das ab. Dann können wir die drei Teekannen einsammeln. Eins, zwei, drei. Was machen wir da? Bah, ich glaube, da mache ich gleich nochmal drei rein. Ehrlich gesagt. Gut, nochmal eine Kakaobohnen. Eine Kaffeebohne. Genau. Ist zwar eher unwahrscheinlich, dass es nochmal kommt, aber egal. Einfach reingemacht abholen und die Suppe bleibt noch übrig. Annehmen. Eins, zwei, drei. Da haben wir sie. Was können wir denn für Suppen produzieren? Oder was sollte ich denn machen? Eins, zwei, drei. Ich versuche es natürlich ein bisschen mit dem zu kombinieren, was mir fehlt. Eins, zwei, drei. Aber klappt nicht immer. Ja, die würde ich gerne machen. Mir ist das Brot ausgegangen. Da werde ich jetzt erst noch ein bisschen Brot machen. Und danach mache ich tatsächlich dann... Was ist es denn eigentlich für eine? Dieser Name immer. Die Zwiebelsuppe noch dreimal rein. In Vorbereitung für morgen. Abholen. Wir sind durch Tag geschafft. Es wird selbstverständlich keine Aufgabe dazu gekauft. Und wir haben 2320. Hatten wir ja schon mal ausgerechnet. Ja, das ist das Endergebnis. 2320 Punkte am ersten Tag. Die Belohnungen sammle ich noch nicht ein. Da warte ich. Mal schauen, wie lang. Auf das Geld bin ich nicht angewiesen. Schube. Den Schub und die Noten auch nicht. Da können wir es ein bisschen liegen lassen. Sieht doch auch ganz lustig aus, wenn es immer rumhüpft. Ja, und jetzt... Das ist auch witzig, ne? Am ersten Tag haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Belohnungen freigeschaltet. Jetzt kommen nur noch 5 Belohnungen. Und wir sind gerade mal bei 2320 Punkten von 10.500. Also wir sind so grob bei einem Viertel bis Fünftel der Punkte. Und haben aber mehr als die Hälfte der Belohnungen eingesammelt. Sind wir da ein bisschen geizig bei Supercell? Nur so ein ganz klein bisschen vielleicht? Ja, also ganz ehrlich, da könnten schon nochmal 4.000, 6.250 oder so, da könnten schon noch ein paar Belohnungen dazwischen sein. So ein paar kleine. Auch wenn es dann nur Münzen wären oder Noten, ist da völlig wurscht. Einfach so ein bisschen fürs Gefühl des Spielers, dass er sich freut, dass er öfter eine Belohnung bekommt. Ja, aber das Prinzip hat Supercell leider noch nicht so richtig verstanden. Also gut, dann werden wir morgen wieder eine Runde einlegen. Morgen kriegen wir das Fantreffen und können damit dann tatsächlich die Sammlung vervollständigen. Ist das Letzte, was mir fehlt. Ich habe aber jetzt mittlerweile auch wirklich bei sehr, sehr vielen gelesen, die eben kein Glück hatten in den drei Kisten. Ich hatte ja das wahnsinnige Glück, dass er wirklich drin war. Aber es hatten wirklich super viele eben nicht das Glück, dass er da drin war. Und es ist Glück. Es ist einfach Glück. Es waren drei kostenlose Kisten. Und dass man aus den drei Kisten jetzt gerade den bekommt. Ja, also sorry. Das ist natürlich klar, dass das nicht bei allen passiert. Manche haben dann Diamanten ausgegeben ohne Ende. Manche haben auch acht, neun Kisten zusätzlich gekauft und haben ihn immer noch nicht bekommen. Und ja, I'm not amused. Bin ich überhaupt nicht begeistert von. Also ich finde, wenn man so ein Buch macht, dann sollte es auch eine Möglichkeit geben, ranzukommen. Natürlich kann jetzt jeder sagen, ja, es gibt doch die Möglichkeit, musst du halt mehr Kisten kaufen. Aber das ist ja total unverhältnismäßig. Es ist ja nicht mal so, dass sie dann was einbauen und sagen, okay, wenn du jetzt, keine Ahnung, fünf Kisten geöffnet hast und du hast ihn nicht gehabt, kriegst du ihn auf jeden Fall in der sechsten Kiste. Das Prinzip gibt es ja auch in sehr, sehr vielen Spielen. Aber selbst sowas bauen sie nicht ein. Das heißt, ich könnte theoretisch mit sehr viel Pech, ähm, kaufe ich 20 Kisten und habe ihn nicht drin. Das kann es ja wohl nicht sein, oder? Ja. Also, nee, muss ich dann leider auch den vielen Stimmen wirklich zustimmen oder beipflichten. Fair ist anders. Leider. Leider, leider. Wir hoffen einfach mal, dass Supercell irgendwann aus diesen Fehlern lernt. Ich sehe es nicht, weil es kommen immer wieder die gleichen Sachen auf. Es kommen immer wieder die gleichen Ärgernisse auf. Aber, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen, wie gesagt, dann mit den, ja, mit den neuen Aufgaben. Ich bin gespannt, was kommt. Und mit dem Frontsänger und dem Abschluss der Sammlung. Euch noch einen schönen Abend. Bye, bye.